Nächste, für diese Folge habe ich mir ehrlich gesagt etwas so komisches überlegt, aber wir probieren es zumindest mal. Ich werde rappen. Ich werde rappen. Ich werde einfach einen Beat abspielen und daraufhin rappen und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Freunde, nehmt es nicht persönlich, denn ich bin kein offizieller Rapper, 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 sondern ich mache das alles so als Unterhaltung, okay? Das heißt, es werden ein paar Wörter nicht gereimt werden, es werden ein paar Wörter komplett falsch ausgesprochen, aber es soll auch lustig sein, meine lieben Freunde. Wir wollen ja sehen, wie die Reaktionen sind. Vergesst einfach nicht, nach dieser Folge einen Daumen nach oben da zu lassen. Kommentieren, abonnieren, ja mach doch, Bruder, mach einfach. Muss man nicht immer sagen, Kollege. Los geht's. Ich bin bereit. Erste Mädchen auf Umid die Prinzessin. Jetzt kommt ein Rap. Bist du bereit? Ich bin George de Fee. Hey, ja. Iron, willst du iron? Komm, komm, komm. Du bist ein hübsches Mädchen, hast mein Herz gleich bekommen. Ich habe mich verguckt in dich und deine Freundin. Du willst meine Nummer oder willst du meine Nummer nicht? Ich liebe dich, du liebst mich und jetzt sind wir eins. Also, also der erste Teil ist ja komplett schiefgegangen, Freunde, oder so. Keine Ahnung, ob ich jetzt weitermachen soll, ohne Spaß, Freunde, es war wirklich gerade die erste. Seid ihr bereit? Ja. Jetzt kommt ein Rap für euch, okay? Ja, hau raus. Es sitzen zwei hübsche Mädchen vor meinen Augen. Ich habe mich verliebt und mein Herz ist bei euch. Ich liebe euch und ich will deutscher Pass. Bitte tust du mich heiraten. Ich muss hierbleiben bevor Abschiebung an. Eins muss mit Sternchen. Eins muss mit Sternchen, ne? Weiter geht's. Nicht vergessen, abonnieren, liken. Okay, Bruder. Weil ich mache das alles nicht, damit ihr guckt und dann gehst, Bruder. Ich werde rappen für dich. Okay. Du siehst den Wald draußen im Kälte. Du wirst krank und dann bekommst du Feber und Halsschmerzen. Wir sitzen da und wir wärmen mit Licht. Ich will lieben dich und abonnieren GEOG TV. Okay. Du sitzt vor mir in einem blauen Sessel. Ich habe mich in dich verguckt und bin in dich verliebt. Ich liebe dich. Du liebst mich. FBI, open up! Weil ihr gerade in der Küche seid und kocht, werde ich euch ein bisschen unterhalten und rappen für euch, okay? Ja, ist Klassiker-Rap. Ich verspreche euch das. Es sitzen zwei Mädchen in der Küche. Tun kochen, damit sie danach essen und ein bisschen gesund sind. Ja, ich sitze hier und röpe für zwei Prinzessen. Und ich bin der Prinz und jetzt kommt Mama von hinten. Hallo Mama, das ist dein Schwiegersohn. Drei? Drei. Drei. Was? Drei Mädchen. Achso, nicht Mama? Drei Mädchen. Okay, tut mir leid. Wir fangen von neu an, tut mir leid. Wir vergessen das, okay? Drei Mädchen, drei Mädchen. Ah, jetzt kommt gleich der Beat. Es kommen drei hübsche Mädchen auf Omi TV. Ich sitze hier und hab mich in alle drei Mädchen verguckt. Ich liebe alle drei, aber kann nur eine haben. Wir machen wie Bachelor, nur eine bekommt die Rose. Ich rappe für euch, ihr seid zwei hübsche Mädchen, ja. Ich hab mich verliebt in euch, das sag ich fast bei jedem. Aber egal, vergiss das alles. Was sagst du zur Kappe? Das alles. GTV, man. Ich bin YouTuber. Mein Name GEOGTV. Die neue Folge GEOGTV auf Omi TV. Wie, war das gut oder nicht oder ja, nein, nicht, okay. Soll ich die Musik auch schalten? Ja? Okay. Bist du bereit? Gleich kommt, gleich kommt der Beat. Willst du Eiran? Nein. Okay. Ich rappe hier für hübsche Mädchen. Ja, ich hab mich in dich verguckt und auf deine Headsets, ja. Was kommt dann? Anruf. Gucken wir rein. Oh Schatz, bist du das? Oh, bekomme ich deine Nummer? Wie du gleich so reagierst. Ey, ey, es ist eine Folge YouTube, okay. Ich mach gerade ein Format für YouTube. Was hast du für eine Ratsache, du? Was ist das mit ihm, Alter? Was macht er da? Ja, jetzt kommt ein Rap, okay. Für dich. Bist du bereit? Jetzt kommt gleich, warte, warte, ich mach gerade Einleitung. Ich mach mich warm, okay. Ich hab mich verguckt in dich. Ja. Ich brauche deutschen Pass. Keiner gibt mir deutschen Pass. Ich muss dich heiraten. Wir müssen Kinder machen. Hat er? Bye, have a great time. Oh, Onkel. Ich mache für die Rap, Onkel. Okay, dann nicht. Ich rappe für dich, extra für dich, okay. Auch das rote Belichtung und das Ganze macht sehr romantisch, deshalb auch romantisches Rap, okay. 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 Ja. Okay. Das ist ein hübsches Mädchen vor meinen Augen. Ja. Das rote Licht im Hintergrund hat meinen Kopf kaputt gemacht. Ich hab mich in dich verliebt und will dich heiraten. Du bist meine Trampfrau. Dein Geschichte ist mein Raum. Ich lieb dich. Mein Name ist Geoaktivi. Du kannst dein YouTube eingeben. Ich bin berühmt. Ich bin berühmter YouTuber. Ich liebe dich. Boah, voll cool. Ey, voll korrekt von dir. Du bist immer noch lieb geblieben. Ich dürfte dir da auch was sagen. Ja, ja. Wie schätzt du mir? Ehrlich? 18. Aber jetzt kommt gleich das Schlag ins Gesicht und du sagst 5. Oder? Nein. Ich bin 13. FBI, open up! Ich will mal jemanden grüßen, ich will jemanden grüßen. Okay, grüß jemanden. Ich will meine beste Freundin grüßen, Melissa. Hallo, Vanessa. Melissa. Achso. Freunde, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es da verlißt, dann lasst einen... Like. Genau. Lasst einen Like da, meine lieben Freunde. Und... Abonniert... Diesen Kanal, Freunde, für mehr. Das war's von diesem Video, Freunde. Bis zum nächsten Mal und... Peace out! Joxie 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 Bis zum nächsten Mal.